Servus Leute und willkommen zurück zu meinem Let's Play Live Vampyr. Wir brauchen noch einen Tropfen von William Marshalls Blut beim London Redgrave. Wo sind wir denn eben? In Whitechapel. Ach hier oben. Ja genau. Ja wir sind hier durch die Tür reingekommen und ich wusste nicht... Ach du Scheiße. Ja genau, ob hier noch irgendwas ist oder ob wir einfach hier rumlaufen können. Die Kathode rum. Haben wir irgendwo ein Bett zum Safen oder so? Ach schau mal, da geht's hoch. Jo. Ist einfach ein Unterschlupf. Da wird man raus können. Warum war die obere Tür verschlossen? Ähm. Okay. Da waren zwei Skulls. Warum waren die noch hier? Ja wir gehen mal hier weiter. Ach so da geht's jetzt wieder raus. Ach deswegen konnte ich wahrscheinlich durch die Tür nicht rein, weil hier die Skulls noch waren. Aber habe ich die nicht cleared? Komisch. Mit der Tür wenn ich rausgehe, wohin gehe ich denn nach oben weg? Ja. Wir müssen ins Westend zum Lord Redgrave. Wir sind in Whitechapel. Hm. Whitechapel. Hier sind beide am heilen. Genau das haben wir das letzte Mal noch gemacht. Im Westend sind ganz viele erschöpft. Hier haben wir immer noch unseren Neuralgiker. Ne, er hat Migräne. Da haben wir zwei Erkältungen bei den Docks. Na ja. Ach. So haben wir, ja wir haben, wir haben ganz viel Zeug gemacht. Das heißt wir haben eigentlich alles ready zum heilen. Dann gehen wir los. Ab ins Westend. Ne, wenn du nachher einen Bürger suchst, für die sich die Papier selber einsetzt. Machen wir doch immer. Hier müssen wir langen. Ach so, das war die Blutspur mit dem Handwerk. Ach genau. Ach, die Miss Wonboro. Wir gehen einfach hier weiter. In Richtung unser Ziel. Da vorne links. Genau da gehts lang. Wir müssen hier irgendwo runter. Jawoll. Okay. Offenbar war ich hier noch nicht. Unbeschauen nicht, dass wir... Unangenehm überraschend erfahren. Ah, da läuft schon wieder so einer rum. Oh. Ist das ein Vulcote? Tatsächlich? Oh. Ist das ein Vulcote? Tatsächlich? Da noch mal nicht. Aber... Ah, da komme ich hoch! Jawoll! Da... Da du... Da ... Unser Anwesen! Dann gehen wir hier einfach innen durch. Kürzen wir hier einfach ab. Und dodgen einfach ein paar Kämpfe. Ah, da ist Luis Testale. Erstmal gehen wir zu ihr hier. Hey Luis. Er läuft eben noch hier und nicht mehr vorbei. Na ja. Ich weiß nicht um Dorsten. Na ja, das ist doch gut. Ah, hier Kopfschmerzen. Mal schauen, was machst du denn beruflich? Oh. Okay. Und was ist ihr Plan? Ja. 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 Du denkst wirklich an deinem Vater, um dich zu retten zu retten? Ich bin froh, dass er mich nach mir ging. Ich verabschiede ihm alle seine Arsch-Würfe, alle seine Arsch-Würfe. Ich wünsche mir nur, dass ich ihm, wie viel er liebte. Ja. Es kann sein, dass er nicht die Chance zu sagen, dass wir uns lieben. Ja, Doktor. Und es gibt keine Behandlung für diesen typen Schmerz, nicht wahr? Das ist vielleicht die letzte Sache, die mein Vater hat mir gelernt hat. Ich dachte, ihr fehlt mir auch noch ein Hin, aber... Du kriegst doch trotzdem von mir. Okay. Ja, Clarence, der ist jetzt der Kerl-Hool. Ich bin froh, ich bin froh, ich bin froh. Guten Abend, Dr. Reed. Eine große Nacht, was? Ja. Was hat er denn so... Ja, okay. Ja, lauter Sachen, was sind das? Weißer Phosphor, uh. Aber nein. Guten Abend, Dr. Reed. Eine große Nacht, was? Sooo... Haben wir noch irgendwas offen? Ja, meine Restaurant-Empfehlung. Nein. Ich bin froh, dass es Ihnen gefallen hat. Nein, ich bin froh, dass ich Ihnen gefallen habe. Ich bin froh, dass es Ihnen gefallen hat. Ja, auf jeden Fall. Was? Himmel ist fehlgeschlagen. Verdammt, was hätte ich denn sagen sollen? What? Das ist jetzt blöd. Ja. Du brauchst medizinische Hilfe? Du solltest meine Leben, Dr. Reed. Ich habe mich nicht so schlecht in vielen Jahren gefühlt. Du bist so schlecht. Es gibt nichts wirklich, dass du Angst hast. Ich habe viel schlimmer. Ich kann dir dir das. Ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Menschen dauernden müssen. Du hast meine Gratitude, Dr. Diese Krankheit hat meinen Appetit. Tschüss, Herr Russell. Ich bin sicher, dass du dich ausfügt. So, bist du? Nee, gute Charlotte ist gesund. Clarence ist gesund. Louise. Hmm, wem fehlt denn hier noch was? Ach, der Venus. Die hat Kopfschmerzen. Oh, meine Mama! Gute Emelyn. Ach, der Albright hat auch eine Schöpfung. Oh mein Gott. Die anderen beiden sind jetzt auch beide krank. Ach, das ist alles da oben. Carolyn. Gehen wir erstmal zur guten Frau Crossley dahinter. Bevor wir uns um die anderen kümmern. So, da haben wir ja eh alles. Ohhhh. Er ist nicht draußen. So, wir haben hier neue Sachen bei ihr. Clarence Vampir Obsession auf jeden Fall. Erstmal die Vampir Obsession. Okay. 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 Is my husband mad? Yes or no? Do vampires exist? Or is Clarence a lunatic? Es gibt Vampire. So, you don't believe Clarence? If poor Mary, bless her soul, had tried to convince you of the existence of bloody vampires, would you have believed her? Seriously? Ja. Warum kann ich nicht ja sagen? Naja. Wo ist die engstirnig? What do you think about Clarence squandering his fortune on his obsession? Soon will be poor. We're forced to sell the house. Where will we go? In which filthy infected part of town will we end up? I'm so afraid. Mhm. Okay. Achso, du hast Kopfschmerzen. Okay. Dann haben wir sie auch behandelt. Dann fehlen uns jetzt noch so unsere Emelyn natürlich. Wo war denn der Tadao? War der auch oben? Der war auf jeden Fall oben mit den beiden und sie hat den Laden oben. Also hier oben bei den Dawson am Wesen. Hier in dem Bereich, bei Temple Church. Da sind die alle unterwegs. Und da bin ich mir nicht sicher. Ach. Ja, oder ich finde ihn einfach hier. Wir treffen uns wieder, Mr. Kimura. In einer mehr friedlichen Situation. Dr. Reed. Still visit in London by night? Wir müssen beide nocturnal Tiere sein, du und ich. Okay. After your captivity. I thought you'd be more cautious. Breathing the cold night air helps calm my mind, sir. I've had the most frightening nightmare since I escaped that filthy jail. Okay. Ach, mit dem haben wir auch noch gar nicht geredet. Okay. Have you heard of Aloysius Dawson? Poor man. To die rich and alone, that was my plan for years. Money was the only currency I valued. Now I've started to realize it's not a life worth living. Oh. How is the situation in the West End? I've heard rumors about armed men patrolling and fighting infected citizens in these very streets. I was lucky they didn't shoot me when I was abducted. Hmm. May I ask you what you do for a living, Mr. Kimura? I am... I was a landlord. Hmm. A wealthy one. And not a very kind one. I realized recently why this summer epiphany is because of your near death experience. I was already nostalgic about Weymouth, my hometown. In recent events, I'm thinking about going back there. Ah, yeah. The reason why he thinks of Aloysius and his hometown back. So, personally can I ask him something else? What can you tell me about your abduction? If you really want to know why I was locked in that building for three or four days. My jailer was insane, mumbling about sacrifice and voices. Hmm. Why did you think of that? That's a good question. I see you. That was the weirdest part. He claimed to spill blood was not enough. It had to be done when some stars were aligned. Which stars? That's the whole point. He wanted me to talk to him about some Red Queen configuration or Constantine. Okay. I've never heard of such an astronomical term. What did he say about voices? He was constantly whining about the voice of his master, ordering him to do terrible things. He wanted to silence the voice by offering blood. My blood. Hmm. Okay. Why are you so nostalgic for your hometown, Tadan? I was focused so much on making money. I almost forgot that my relatives and friends are threatened by this epidemic. Ah, yeah. Huh, huh. That's a familiar. Have you heard anything from your family? I was not only a bad landlord. I was also a bad husband. I've not seen my wife and son for years. Busy, busy, busy. At least now I'm ready to go back and see them. But don't be surprised if your son, there's a grudge, sir. You make it sound like you suffered from an absent father yourself, Dr. Reed. Oh, yeah. Well, I'll keep your warning in mind. Actually, I've left his family and his son for years. Have you no friends at all? Over the years, I'm afraid my greed turned me into my friends adversary. While I became friends with my professional rivals. Those you grew up with didn't share your views on money and success. Would you believe I was once a member of poetry circles and an astronomy club? We were young. Such joyful dreamers then. But I stopped laughing long ago. Okay. Oh, now we're here. Can you change? And is it what you really want? If so, it must come from within, not without. I've seen what an altruistic gesture can do. Nothing forced you to save me, Dr. Reed, but you did. I will follow your example in these matters from now on. Ah, okay. Nichts zu danken. Ja, folgen Sie meinem Beispiel. Uuuuuhhhhhh. Kein gutes abonnierter Artifix. Ach, verdammt. Hmmm. 1 oder Oberbeiden würde ich nehmen. Ja, folgen Sie meinem Beispiel. Sei gut. Follow my example then. Find a complete stranger and help him or her. The best you can. Then invite him or her to do the same. You know what? That's not a bad plan, actually. And I should start with my family. For they are almost strangers to me now. Oh, of course. So, of course. So, of course. So, of course. You need medical assistance. Don't believe that I am the kind of man with a fragile constitution. But I am afraid my imprisonment has done more harm than I thought. Hmmm. Ah, please. There is no need to be ashamed. We are all equally vulnerable to this disease. Yes. I know now, life is as precious as it is fragile. Okay. Goodbye Mr. Kimura. Take care. Come on. Come on. You're the one who wants to go home. Come on. Come on. Come on. Come on. Come on. Come on. Here you are. Here you are. Do you want to go home? Ja... Hm... Über die Familie? Achso, haben wir auch schon. Okay, dann... Oh... Sie wissen, dass ich immer noch nicht zu lassen, dass ich meine Brüder zu hören habe. Es war immer so wunderschön... Auch wenn ich Angst habe. Ich nehme das. Du fühlst mich besser. Ich bin nicht sicher. Ich werde immer besser fühlen, aber... Danke, mein Kind. Auf Wiedersehen, Mutter. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Kind. Bitte, zurück. Der holt sich auch. Mhm... Ja... 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 Ja...